Es heißt, dass in diesem Moment der Himmel die Erde berührte. Das Sparda Erzählfestival feiert gemeinsam mit hr2 Kultur die Kunst des mündlichen Geschichtenerzählens. Es hätte so schön sein können, wenn es da nicht den Nachbarn zu linken gegeben hätte. Ich, du, wir. Geschichten für Erwachsene und für Kinder. Das Feuer wurde größer und größer. Geschichten über Mut und Freundschaft. Und da wussten sie, was geschehen war. Liefen aufeinander zu und umarmten sich. Geschichten in der Tradition mündlicher Erzählkunst für die ganze Familie. Als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek.